Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und ja, ihr seht richtig, ich befinde mich nicht in gewohnter Umgebung, sondern in einem Park. Und in diesem Park, was werden wir hier natürlich tun? Natürlich Booster öffnen. Das ist ja ganz klar, worauf es da hinausläuft. Da seht ihr einen wunderschönen Brunnen und ein Blumenbeet. Genau, in diesem Park werden wir jetzt ein paar Booster öffnen, Leute. Und nicht irgendwelche Booster, sondern Sonne, Mond, Stunde der Wächterbooster. Und zwar jeweils drei, drei. Denn dieses Video ist zweierlei besonders, denn nicht nur, dass wir hier ein Opening im Park veranstalten, sondern es ist ein Booster, bitte. Genau. Wir öffnen jeder drei Booster und dann gibt es für jede Kartensorte quasi bestimmte Punkte. Genau. Und danach werden wir dann entscheiden, wer alle Karten behalten darf. Richtig. Also wir haben uns nämlich jeweils drei Booster besorgt und nun kämpfen wir sozusagen gegeneinander. Hier drin eine Reverse Rare Sternkarte, also die ein Stern hat und Reverse ist, ist ein Punkt wert. Eine Holo-Karte zwei Punkte. Eine GX ist drei Punkte wert. Eine GX Full Art oder eine Full Art Trainerkarte ist vier Punkte wert. Und eine Hyper Rare oder Secret Rare Karte ist fünf Punkte wert. Also hat man damit das Ding schon so gut wie in der Tasche. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Sollen wir immer einpacken nach dem anderen? Oder willst du erst alle drei? Lass mich alle drei machen und dann tauschen wir. Genau. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann schauen wir uns jetzt mal ihre drei Booster an. Wo ich das, glaube ich, spannender immer so abwechselnd finde. Aber... Können wir auch machen. Ach, wir schauen einfach mal an. Das ist gone. Kleinstein. Nagelopp. Ich weiß nicht, meine, die Karten. Lichtpil. Ach, gib mir doch die Karten in die Hand. Pantam. Das ist dann, glaube ich... Psychoenergie. Die Karten. Kosturso. Ja. Schutzzone des Ätherparadieses. Maschok ist dieses. Das ist eine Kreiskarte. Also keine Punkte für mich. Und Volumina. Das ist eine Stern. Hm, das ist ja noch ein bisschen öde. Bis jetzt. Soll ich die hier halten, oder? Die werden's abwechseln. Ja. Okay. Dann mache ich auch mein Kapuriki-Pack auf. Das ist, glaube ich, auch das, was du zuerst aufgemacht hast. Ja. Den wären wir nicht sicher. So. Dann hole ich mal hier das Karten-Pack raus. So. Karni-Van-Ha haben wir hier. Nagelotz. Dann Molimorba. Formeo. Tentacher. Kampfenergie. Jetzt kommen wir zu den etwas spannenderen Karten. Wahlband. Das ist ganz cool, so für Decks. Jellatruppo. Ist jetzt nicht so playable. Elfan. Und die Rears. Morbites ist schon mal ein Punkt für mich. Sehr gut. Jetzt nehme ich eine Sternkarte. Mhm. Sehr gut. Choreogel ist die eigentliche Sternen-Pack. Also 1 zu 0 für Decks. Genau. Und dann hier die Schleifung noch. 4 und 2. Genau. Und da haben wir. Kleinstein. Dratiri. Dratiri, genau. Nimblyp. Tanje. Alola Vulpix. Psychoenergie. Gastella. Feldgebläse. Lübnuorba. Richtig. Oh. Alola Geowatz ist ein Stern. Sehr gut. Also 1 zu 1 mittlerweile. Und. Wow. A-Großteller GX. Hammer. Das heißt, du kriegst drei Punkte. Ja. Ich 4, du 1. Richtig. Genau. Ja. Da führst du jetzt. Aber deutlich. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich auf jeden Fall eine GX ziehen, sonst ist das kaum noch 1 zu holen. Ich so das Gefühl. Ich muss erst mal jetzt probieren. Ja, so. So. Hoffen wir mal auf was Mutes. Code an die Seite. 1, 2, 3, 4. So. Da haben wir hier Mulung. Nassgenäht. Schwalbini. Wuffels. Ein Viscora. Eine finsternes Energie. Dartignis. Viscargot. Kosturso. Tentacher. Ist eine Kreiskarte. Schade. So. Hoffentlich eine Holo. Lunala Stern. Okay. Bisher aber schon eine ganz coole Ausbaute an Sternkarten, würde ich sagen. Kann ich nicht unbedingt weckern. So. Hier kommt ein letztes Pack. Genau. Dein letztes Pack mit Wolverock in der Nachtform. Genau. Ein Pampulgi. Genau. Ein Molung. Steht immer noch 4 zu 1. Ein W07. Ein Phlegmon. Ein Blue Siding. Eine Pflanzenenergie. Ein Mediras. Ein Elphan. Ein Gelatropum. Ja. Ah, du hast Glück, ey. Und noch eine Reverse Sternkarte. Ein Punkt. Ein Kurulai. Und? Also 5 Punkte schon. Stimmt. Da musst du ja schon jetzt noch ordentlich was ziehen. Das stimmt. Also wenn das jetzt keine DX ist, dann habe ich sowieso keine Chance mehr, glaube ich, das Ding einzusacken hier. Gucken wir mal, was dein letztes Pack so bereithält. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich war die 2 davor. So, da haben wir Tentara. Pipi. Pipi. Lichte. Skorglar. Gelatini. Eine Feenenergie. Viscargot. Kosturso. Mammolida. Haragoni. Ein sehr cooles Artwork, weil Mimikyu mit drauf ist, aber leider kein Punkt für mich. Ah. Vylord. 200 KP hat das Viech. Leider kein Punkt. Leider kein Punkt. Ich glaube, damit ist der Sieg sehr eindeutig. Der Sieg ist eindeutig. Geht definitiv an Team Agro Stella. Das stimmt. Ist denn das Agro Stella? Und keine Holo gezogen. Das ist ja unglaublich. Ja. Also nur das Agro Stella. Hm. Ein Capofala GX wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Aber gut. GX ist GX in allem Doppel. Ja. GX. Aber gut. Trotzdem ein ganz cooler Pull. Ja. Du bist die Siegerin eindeutig. Damit gehen diese Karten an dich. Dankeschön. Die helfen meiner Sammlung bestimmt weiter. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video. Und ihr schaut auch weiterhin rein, wenn wir spannende Openings präsentieren hier. Auf diesem Kanal. Und genau. Genießt das schöne Wetter. Genießt den schönen Tag in irgendwie einen Park oder sonstiges. Denn das Wetter gibt es einfach her. Und es gibt genug schöne Parks in Deutschland. Besucht einfach mal ein. Pokestops gibt es hier nämlich auch zuhauf. Deswegen. Also. Bis dann. Euer Pokémaniac. Bis dann. 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 Bis dann.